Musik Was ist da rechts oder links? Ahah! What the f***? Geh nach oben jetzt doch, Holta! Grusel, Oma, hier. Ja. So, und jetzt fehlt uns das noch in... Ah, in Runde? Ja, das Runde. Das ist das vom Arbeitszimmer. Wo war denn das noch mal? Ich habe einen Ventilator rechts. Jetzt müssen wir noch mal bei der Oma vorbei. Ich hoffe, die ist jetzt weg. Ich habe ja gesagt, eigentlich müssen wir rechts. Zuhören. Bude Nacht, Dudler. Schlaf gut. Wunderbar, einen Samstag wünsche ich dir. Tschüssi. Nein, da war das. Das ist da, wo die Stadt nicht mehr dumm geflitzt ist. Ja. Scheiss, Kortsch hier. Genau, da war das Klo. Das war das mit dem Tier. Ach, du Scheiss, Alter. Der wird mich auch noch irgendwann schrecken, da der Kollege da... Direkt in die Oma verliebt. So, das nehmen wir auch mit. Oha. Probieren wir das da jetzt? Hier rechts und acht links. Alter. Ein rechts. Und acht. Ja, acht. Alter, das ist ja... Mit meiner Maus schaffe ich das nur nicht gerne. Kannst du mit mit sein, das? Nein, geht nur so, aber das... Alter, es springt immer zurück. So. Das wäre es eigentlich jetzt gewesen, ne? Ich hatte hier noch eine dritte Zahl. Oder es hat wirklich was mit der Uhr da zu tun. Ja, schreib dir, wenn du den Code baust, dann... Ja, da müssen wir eine Uhr finden. Da ist... Da sind mehrere... Ja, genau. Die Tür offen. Wurscht. Wir haben das letzte Bild. Gehen wir mal das Bild an. Ist auch in Ordnung. Da ist zu. Feuerwerk schön. Beste. Wurscht. Genau. Tobi. Nicht, wenn die Oma da um die Kurven steht. Irgendwer schiebt schon wieder Oma drum. Irgendwer tut schon wieder das Haus umändern. So, da wäre das letzte Bild jetzt, ne? Geh, was ist das jetzt? Ja, warte doch mal ab, Lisa. Warte? Ja, dann... Aber ich sehe nicht, dass was passiert. Ja, sei ruhig jetzt einmal. 43. Sag, das hat was mit dem Alter. 51 steht da. Überall. Nein. Deswegen, das Alter, was hinten immer draufsteht. Er hat ja gesagt, multiplizieren und... Nein, ich hab's ja schon, Lisa. Beruhig dich. Das ist kein Spiel, wo man Wissenschaft jetzt machen muss. Aber der Hinweis wäre halt... 13. Tragst du jetzt die 47, oder? Nein. Denkst zu kompliziert. Wir haben alle ein Alter hinten auf die Bilder draufstehen. Ja. Ja. Und auf der Wand steht auch die... Ist auch das Alter. Ja. Also nicht nach Form, sondern nach Alter. Fünf Jahre. So, warte, jetzt schauen wir mal, was wir da jetzt haben. Rechnung geht nicht auf. Ich würde meine Variante machen. Sehr ruhig. 38 plus 13 ist 51. 56. 68. 33. Fünf. Was war es mit 50? Was? Mit 50? 50 oder 60? Also ich meine 5 Jahre alten, 33, 68, 56. Oha, warum so gemein soll ich daran? Das wollte ich nicht. Nein! Schau, äh, nach oben kannst du es nicht. Oh, ich kann nach oben schauen. Aber was sehe ich oben? Da sehe ich leider nichts, Nori. Einmal da zur Wand, was da für Zahlen stehen, da für Rechneraufgaben. Da steht überall dasselbe. Da schaut 10 plus 33 ist 43. Alles klar, wo du uns siehst, hau rein, tschüss, papa. Tschüss. Braucht nicht ein 43, ne? Tschüss, papa. Alter ist nur eine Zahl, du kannst addieren oder subtraren. Doch am Ende aller Tage, wenn die Zeit kommt, stirbst du so oder so. Ich glaube, wir müssen auf 43. Was nicht mit einem Versuchung? Mmh, muss ich mit einem Mannsfaszinieren? 10 plus 33 ist 43, bei 10 haben wir nicht. Ich glaube ich habe sehr. Ich werde nur noch einmal das quietschen. Warum? 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 Aber sie macht ja jetzt was, ne? Sicher weiß ich es. Er hat ja einfach das verkehrt aufgekendet, aber ob da jetzt ein Sinn dahinter war. Ja, aber warum kommt denn jetzt die Statue die ganze Zeit? Ja, ja. Eh gut. Weiß ich nicht. Irgendwas haben wir doch gemacht jetzt, oder? Aber 43. Mal durchschauen. Ja. Das ist doch schon ein alter Hund da bei uns, ne? Ja, grüß dich! Ja, sie war jetzt schon zweimal da, diese Statue. Vielen Dank, willkommen zurück! Zwei wunderbare Jahre! Wie geht's dir, Mago? Yay! Du alter Hautegen, ne? Die Frage ist, ob das jetzt was dazu beitragen hat oder nicht? Oder ob das jetzt einfach so gekommen ist? Keine Ahnung, aber... Vorher war er nicht da, ne? Nein. Nein. Jetzt ist sie wieder weg. Naja. Aber warum liegt dann der Hinweis, mit alter muss man... Es ist nur eine Zahl und dann musst du da hin und addieren. Was? Was ist das dann für? Ich weiß. Jetzt hab ich's. Was war jetzt? Sag ich gleich. So. Aber die haut die Tür zu, dass gleich die Ziegel rausfliegen. So. Jetzt sag ich, was ich noch gemacht hab. Ich hab ja die Gegend gleich gemacht, ne? Und die hab ich jetzt einfach mal ausgetauscht. Plan wir auch gewesen, dass ich die da drüben auch nochmal verdrehe halt. Aber es hat schon funktioniert. Also von dem her... Gibt gar keinen Sinn. Gibt schon Sinn. Naja. Ja, gelöst einfach. Ja. Gut gemacht. Hallöchen Punik, keine wunderschönen. Hi! So, was haben wir denn da jetzt wieder? Was ist das? Alter, was ist das? Eine Art Feuerzeug. Alter, was für ein altes Feuerzeug. Wer kennt's? Ich kenn's nicht. Ah, du siehst. Du warst einmal froh. Sehr gut. Machen wir die Tür mal auf. Oha. Alter, jetzt gehen wir in den Keller des Grauens vom Dachstuhl. Zum Keller. Da sind unsere Handprinze auf der Wand. Ja. Der Handprinze hat stopped. Ah. Scheiß, Alter, schon wieder. Wo gehen wir denn hin? Grados weiter? Oha, Alter. Ich komm da nicht mehr raus, ne? Zurück find ich auch nicht mehr jetzt. Nee, das ist nicht so wild. War das immer gekommen? Nein, da sind wir nicht gekommen. Sind keine Handabdrücke an der Wand. Du hast wann keine Handabdrücke anfangen. Pisa. Okay, okay. Du bist so wild drehst. Ja, du wirst mich dann immer verwirren. Lass es. Mellok, sag dir morgen mal Zeit. Ich komm richtig gut voran. Hi, Jägerkiller. Grüß Jarex. Hallo. Hi. Mh, weh du, voll süß. So, da ist eine Palette. Ja, irgendwie find man da schon raus, ne? Das Feuerzeug. Funktioniert überhaupt nicht. So. Scheiße, da war die Palette, da waren wir schon. Dann geh ich da jetzt mal rechts rein. Da waren wir noch nicht. Ich geh jetzt... Scheiße. Gut, jetzt sind wir links gegangen gewesen. Dann geh ich jetzt rechts. Wir sind jetzt einfach nur in den Kreis gegangen. Okay, da kommen Bilder. Ich glaub... Der Anfang kann's nicht sein. Gell? Seite gleich. Es ist der Anfang gewesen. Es war der Anfang. Sehr gut. Es war der Anfang. Aber immerhin, wir haben wieder zurückgefunden, ne? Soviel dazu. Ah. Da machen wir ein Foto hiervon. Rote Sammelgegenstände. Aha. Es ist einfach nur ein rotes Bild. Sehr gut. Gut. Das heißt, da geht's nicht. Das heißt, da müssen wir... Herzlichen Glückwunsch. Gratulation, Alex. Schau, jetzt kannst du wieder beruhigt sein. Unabsichtlich. So, mehr Wege hat es aber da jetzt eigentlich nicht gegeben. Jetzt ist nur die Frage, gehen wir links oder gerade aus? Links. Irgendwo ist die Oma. Super, gehen wir links. Siehst? Und? Ne, ich wollte eigentlich... Ich wollte gerade ausgehen. Da habe ich mir gedacht, ich nehme eh immer das Falsche. Jetzt nehme ich das andere. Jetzt habe ich links gezahlt. Jetzt ist erst wieder das Falsche. Deswegen sage ich... Auch wenn ich mir nur denke, dass ich jetzt das andere nehme. Ja, reicht schon. Komisch. Einmal ist zu viel dacht. Wir gehen jetzt einfach mal gerade weiter hier. Wir lassen uns da jetzt nicht ablenken. Wir gehen jetzt einfach nur gerade weiter. Stumpf geradeaus. Super. Bein Arsch. Dann gehe ich links oder rechts bin ich vorhin glaube ich wieder zurückgekommen. Da kommen wir wahrscheinlich auch wieder zurück, nur die andere Runde, ne? Ja. Ja gut, ich glaube das Spiel endet hier. Scheiße. Was? Ich muss irgendwas fotografieren. Eine Wand oder so. Aha. Das heißt ja nicht. Wenn wir nach rechts gehen, gehen wir rechts im Bogen wieder zurück. Wenn wir links gehen, gehen wir links. Also eigentlich gehen wir immer so oder machen wir so den Bogen zurück? Nein, wir gehen jetzt in beiden Richtungen zurück, kommt man vor. Wir kommen immer wieder zurück, wenn ich da jetzt gehe. Ja, das sind zwei gerade und dann geht immer der Bogen wieder zurück. Dann gehst du wieder nach oben. Ja, aber wie komme ich denn jetzt dann überhaupt wieder raus aus diesem Kreislauf? Geh mal in die andere Richtung. Okay, oder ich folge der Oma. Ich folge der Oma. Ja. Ist jetzt ein Bogen, oder? Alter. Ja. Ja. Drecks Oma, Alter. Oh ja, aber wenn du fotografieren verjagst, das ist meine einzige Waffe, was ich habe. Ich bin vorher zurück, ich bin da nicht so schnell mit dem Umschalten. Weil jetzt sind wir auf einem Friedhof. Sehr gut, jetzt bimmelt die Glocke auch noch. Und das alles in diesem Haus, ne? Geh, wie sind wir da gelandet? Haha, sorry. Kann es alle haben. Ich liebe die Glocke. Ich liebe die Glocke. Aus der Friedhöfe. Alex! Alex! Wir gehen einfach weiter stumpf, ne? Wir folgen den Pimmeln. Also den Leuten meine ich natürlich. Ja, straxel mal den Friedhof da mal runter, ja. Ja. What am I doing? Go ahead. Nein! 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 Ich bin jetzt aufgeren, schon wieder runter. Nein! G-g-god... Wie, wie, wie habe ich hier endet? Gut, wir gehen mal wieder so einen Irrgarten machen. Quick. Gut, dann gehen wir mal weiter. 2022, yes! Gut, da sind wir schon. Wo ist mein Feuerzeug? Wo ist mein Feuerzeug hin, Alter? Das ist kaputt. Hast du seit nie verloren? Nein. Einfach weg. Oh, wow. Alter, Leute, da kommt wieder ein Rätsel, ne? Okay, schreib auf jetzt. Jetzt müssen wir es aufschreiben. 1987. Alter. Okay. Da sieht man es jetzt, Lisa. 1951, 87, 22. Die richtige Reihenfolge auch. Links 51. Ja. Mitte 87. Nein, schreib links, Mitte. Ja, ich hab 1, 2, 3. Ich merke mich, ich kann das. Ja! Danke. Mal da. Ja, wo bin ich denn? Ich seh ja nichts. Oh. Jetzt schaut es auf jeden Fall wieder hübsch aus hier. Oh, da wohne. Oh. Komm runter. Komm runter. Komm runter. Oh, jetzt runter da. Ich weiß, dass du Fotoscheu bist, aber ich will nicht erschlagen werden von dir. Die Flyer waren ja nicht grad grün. Vielleicht sind das am anderen Jahr jetzt. Okay, wir schauen da mal weiter. Da kommt wieder das rote Licht. Dadadadam. Rechtskanzwerter, oder? Oh. Ernsthaft? Was hat der Gang da für ein... Ach. Aha. Sehr gut, schon wieder so ein Foto-Ir-Garten, Alter. Müssen wir ihn da finden? Man weiß es noch nicht, ne? Oh. Ich glaub... Das könnte das mit die... Jahre jetzt sein, ne? Kann ich nicht. Da muss ich irgendwas herstellen. Na ja, ach so... Ähm... Ja gut. Gut, wir müssen draußen irgendwas finden zum... Hinstellen, wenn ich da noch irgendwann mal wieder rausfinde jetzt. Finde ich in 100 Jahren. Stand on Flair. Genau, die Bildergalerie im Ehegarten, ja. Ja gut, das heißt, dann brauchen wir... Ich weiß nicht, was wir da hinstellen. Wir müssen jetzt schauen, Leute, was wir da hinstellen können. Aber wir wissen auf jeden Fall... Ich sag jetzt mal, wir haben das Schlüsselloch gefunden. Jetzt brauchen wir nur einen Schlüssel dazu. Sch laz Mt ok-7-1-2-2-1-2-2-3-1-4-2-2-4-3-2-4-2-4-2-3-4-4-4-2-2-2-4-4-3-2-4-4-5-4-6-4-5-4-4-4-3-3-4-4-4-4-4-4-4-4-5-3-5-4-5-6-5-4-4-5-5-4-5-5-6-4-2-4. Dann Programsich場 unter tr titt wysp skillset dem Tod